So, jetzt funktioniert es. Herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erst erst einmal danke, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich habe die Ehre in meiner Funktion jetzt als Koordinator im Bürgermeisteramt für das Thema City of Design, gemeinsam mit der Angelika Meister, bieten wir dieses Team sicher im Auftrag des Bürgermeisters und dann als der Stadt Graz zu begrüßen. Nachdem es auch heute eine sehr große Geschichte in der kleinen Zeitung gegeben hat, die das Thema in besonderer Weise befördert, haben mir gedacht, wie geht man das am gescheitesten an? Das wird hier von kreativen und bunten Vögeln wimmeln. Und deswegen werde ich mich vom Kopf bis über das Sakro in bescheidenes Beamten genau hüllen und auch für das erfüllt zu haben begrüßen möchte ich. Ich mag sicher einen Föller und Verwieser geteilt werden, weil so viele Leute haben das natürlich brav aufgeschrieben. Ich möchte jetzt erst einmal ganz herzlich begrüßen, sozusagen, wie soll man sagen, andererseits den Hausherr, den Herrn Magister Robert Günther, der als Geschäftsführer der 2003 GmbH hier quasi der normale Hausherr ist. Und natürlich in ganz besonderer Weise, ich verstehe da von mir den Herrn Hans Höllwart von der Firma SFL, der nicht nur das Kunsthaus und alles mögliche andere, sondern auch diese Insel hier gebaut hat, die immerhin seit 13 Jahren schon munter auf der Mauer schwimmt und immer noch, wie sie sich überzeugen können, wunderbar beinahmt ist. Ich darf sozusagen für die Kreativen, die sehr zahlreich da sind, natürlich in besonderer Weise den Herrn, der jetzt gerade einen kräftigen Schluck nimmt, den Eberhard Schrempf begrüßen. Auch ein bunter Thore, auch wenn er schon ein bisschen graue Kläfen kriegt, aber das ändert nichts daran. Das ist auch die Person, die natürlich, wie Sie eh alle wissen und Ihnen nicht sagen braucht, aber natürlich aufgrund seiner Rolle als Geschäftsführer bei Creative Industries Tyria mit seiner erfolgreichen Bewerbung und mit dem erfolgreichen Lobbying für diesen Titel gerade sozusagen auch die Liste der Creative Cities gebracht hat. Ansonsten Wimmels natürlich von Leuten von Oswald Held, wo ich gesehen habe, herzlich willkommen. Herr Nusswald, Herr Mosbach, ich sage das ohne Titel, der Otto Hochreiter ist da auf dem Graz Museum. Ganz besonders freut mich auch, tun wir das dann blocken, den Applaus. Es ist immer schwer, erstens mache ich das nicht oft. Zweitens, den eigenen Chef anzumoderieren ist immer schwierig, weil man kann nichts gewinnen. Vor allem, wenn man weiß, dass der Chef sicher nicht durch besondere Geduld ausseht. Das heißt, man muss geschwind sein. Es sollte nicht fad sein. Also man kann eigentlich nicht wirklich viel reißen dabei und ich werde mich sozusagen trotzdem bemühen, dass ich mich über die Bühne zu bringen. Ich frage mich, dass sozusagen nicht nur die Kreativen sehr zahlreich vertreten sind, sondern auch das Feld der Wissenschaft. Ich sage hier der Herr Professor Samonek, der Herr Rector Pfeiffer, der Herr Professor Greyer, ich vergesse ich auch wieder ein paar, aber es freut mich besonders, dass wir sozusagen diese breit gefächerte Kreativität, die wir in Graz haben und die Graz als Creative City auszeichnet, besonders hier auch zur Kenntnis bringen. Jetzt komme ich sozusagen immer offizieller. Wir haben natürlich auch eine Reihe von Herrschaften aus dem Magistrat. Der Amtsleiter, Geschäftsführer, der Herr Vorstandsgericht, der Malik habe ich schon gesehen, der Herr Magister Hirner von der GBG. Seid alle herzlich willkommen. Operist Bernd Weiß, der Herr Pferzinger, habe ich auch schon mit ihm geredet, der ist auch da hinten da. Auch herzlich willkommen, Heimo Mayeritsch. Ich nähere mich sozusagen der offiziellen Runde, wo ich dann das Mikroformat wieder weitergeben darf und darf sozusagen eine Reihe von Gemeinderäten, die ich gesehen habe, begrüßen. Georg Topf mit Gattin, Gerhard Spath ist da, der Harry Dobner ist da, der Herr Gemeinderat Magister Haasen ist in Vertretung der Vizeprägermeisterin. Er sagt mich besonders, Sie willkommen sind auch in Vertretung von Herrn Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ist die Frau Landtagsabgeordnete Magister, die ich ja hier sein kann. Herzlich willkommen. Und jetzt nähere ich mich sozusagen dem Ding, die Kollege Fadl, ja, mal übersehen. Wäre noch mehrere, aber sie verzeihen mir das. Die mehr besser werden im Laufe der Zeit. Ich hoffe das dann bis zur Pension, wenn ihr dann einigermaßen brauchbar, was Reden betrifft. Ich komme jetzt zu unserem offiziellen Ehrengast UNESCO City of Design, die stellvertretende Präsidentin der UNESCO-Kommission Österreich, die Frau Magister Stelzl-Marx. Und die wird dann auch ein paar Worte an uns richten. Und ich darf jetzt das Mikrofon und den Bürgermeister nahe geben. Danke. Lieber Wolfgang Skerget, danke vielmals für die launige Begrüßung. Ich möchte gar nicht jetzt fortsetzen in der Begrüßungsrede, die du begonnen hast, sondern ich möchte einfach alle herzlich willkommen heißen, die mitfiebern, dass es einmal gelingen mag, dieses Thema City of Design so zu verankern, wie wir es heute auch in der Zeitung intensiv diskutiert und lesen können. Ich freue mich im Besonderen, dass die Frau Vizepräsidentin heute bei uns ist und möchte Folgendes anmerken. In der Politik versucht man, so etwas wie einen Korridor für die Zukunft zu finden. Und ich habe gemeinsam mit dem Kollegen Gerhard Rüsch, der für Finanzen, für das Personal, für die Beteiligungen, für die Wirtschaft und damit auch für das Thema City of Design offiziell zuständig ist, mit den Regierungskolleginnen und Kollegen und mit dem Gemeinderat versucht, mich irgendwo zu orientieren. Was kann uns Halt geben, damit wir den richtigen Weg in die Zukunft finden? Und interessanterweise gibt es etwas, wo ich mich am liebsten festhalte und das ist die UNESCO. Und die UNESCO kann man vielleicht am besten erklären, oder ich versuche es zumindest, falls es daneben geht, mich bitte dann zu sagen. Aber für mich ist das ein wunderschönes Spiel, wenn man von dieser UNESCO die ersten beiden und den letzten Buchstaben weglässt. United Nation und Organization, also wenn man diese drei Buchstaben weglässt und bleiben andere über. Das E, das steht für Education, das S für Science und das C für Culture. Und es geht in unserer Gesellschaft und auch in der künftigen Entwicklung in allen Fragen immer wiederum nur um die Themen Erziehung, Wissenschaft, Bildung, Kultur und Kreativität. Und wenn das eine Gesellschaft erkennt, das kann auch eine kleine Familie wie eine kleine Stadt Graz mit 300.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leben, dann kommt sie, glaube ich, wirklich weiter. Ich habe heute schon einmal im Rahmen einer internationalen Arbeitssitzung der deutschsprachigen Theater in Graz vor den Schweizer Kollegen, vor den deutschen Kollegen, aber auch vor allen österreichischen Theaterbetreibern, Opernhausbetreibern auch eine Rede halten dürfen und habe auch dort gesagt, es geht darum, den Herausforderungen unserer Zeit und die sind nicht gering, weder am gesamten Erdball noch in der Europäischen Union und auch nicht in den Ballungsräumen wie in einer Landeshauptstadt Graz. Und wenn wir den Kulturbegriff hernehmen, dann dürfen wir das nicht nur quasi über Künstlerinnen und Künstler definieren, sondern wir müssen wieder aus meiner Sicht dorthin zurückkehren, was Kultur in Summe ist. Kultur heißt offen sein, einen Weitblick haben, nach vorne schauen, vom Ich zum Wir zu gelangen, Toleranz zu üben, all das werden wir brauchen, damit dann irgendwann einmal, so ist es uns ja schon prognostiziert, dass wir ca. 10 bis 12 Milliarden Menschen halbwegs friedlich auf diesem Erdball miteinander umgehen können. Und dafür braucht man Treibstoff und die UNESCO hat uns in puncto Weltkulturerbe schon, mit der arbeiten wir ganz intensiv zusammen, das heißt das, was es aus der Vergangenheit zu bewahren gibt, hat uns die UNESCO als Auftrag mitgegeben, nicht immer einfach für Bürgermeister, wir haben noch viel zu erledigen, Dächer von Kaufhäusern, Korridore bis Schloss Eckenberg, das ist in der Stadtentwicklung, in der Stadtplanung mit Investoren ein ganz, ganz schwieriges und heikles Thema. Es gibt Bürgermeister, die sagen, den Titel hätte ich gar nicht gern, ich bin froh, dass wir ihn haben. Es ist nicht immer leicht, aber wir haben auch immer einen guten Weg gefunden. Da ging es ein bisschen, wenn ich sagen darf, um das Bewahren des Schützenswerten, des Wertvollen. Aber wir müssen auch auf die Suche gehen, wie wir die Zukunft meistern. Und auch da gibt es ein Anhalten, ein besonderes Anhalten, da geht es eben darum, einen Weg für die Zukunft zu finden. Und wenn jetzt schon weit über 100 Städte sich unter den Creative Cities befinden und Graz dabei sein darf, nämlich bei jenen, die sich für den Titel City of Design entschieden haben, dann ist das ein unglaubliches Netzwerk, in das wir aufgenommen wurden. Und man wird oft, wenn man eine Idee hat, und ein paar der Ideengeber stehen ja da, der Heimut Lercher ist da, der Ebert Schrempf ist da, der Dehat Rüsch ist da, die Marion Micha ist jetzt, glaube ich, nicht da, aber sie war auch mit dabei. Wir haben einfach gesucht, was können wir wieder finden, damit die Grazerinnen und Grazer sich beobachtet fühlen und ein bisschen mehr anstrengen und nicht in den üblichen Draht zurückfahren. Ein schönes Beispiel gibt es für mich, das waren diese aufgemalten, was haben wir da gehabt, so Sportlaufbahnen, die wir im Jakomini-Viertel gemacht haben. Also ich weiß, was wir damals uns alles anhören haben müssen, wie verrückt wir sind, dass wir diese Laufbahnen auftragen. Aber glauben Sie mir, wenn was heute übrig geblieben ist unter den Fotos, die ein bisschen weiter hinaus sind, als vielleicht bis, ja, Ibiswald und irgendwo nach Deutschweiß tritts, dann war es genau dieses Bild, dass eine Stadt so verrückt ist und plötzlich Laufbahnen am Boden aufmalt. Viele waren dann wieder glücklich darüber, dass wir gegen Hornhaut, Umbra, farbene Gehsteigkanten dieses Thema weggetan haben. Es macht auch nichts, wenn wir uns wieder etwas Neues wieder einfallen lassen, aber es geht doch darum, auch unverwechselbar zu sein, sich ein bisschen mehr zu trauen. Den Eberhard Schrempf, der verantwortlich ist bei der CIS, möchte ihm ein riesen Dankeschön sagen, auch wenn er heute in der Stadt ordentlich eine gewamst hat. Das ist okay. Wir haben ihn ausgesucht, weil er ein Projekt begleitet hat. Ein Projekt, das war das Kulturhauptstadtjahr 2003. Er war der Organisationsboss damals. Er hat mit dem Kollegen Lorenz und mit dem Dr. Gaulhofer die Stadt ordentlich aufgemischt und ich glaube, dass man das auch braucht. Das braucht jeder daheim, das braucht jeder in seinem Unternehmen. ein paar die anschubsen. Und er ist das. Es darf niemand glauben, das gilt vor allem jetzt in Richtung meiner politischen Kolleginnen und Kollegen. Es braucht niemand glauben, dass man dem Eberhard Schrempf hat und sagt, wir haben uns da beworben, das ist jetzt ein Titel, und sei so gut, erledigt das für uns. So wird das nie funktionieren. Es wird nur funktionieren, wenn sich da immer mehr Menschen einfinden und sagen, ja, da sind wir auf einem richtigen Weg. Und der, der schimpft über die Idee, was habt ihr denn da schon wieder für Titel sucht, all das, was sie auch in den Medien lesen, denen stelle ich gern die Gegenfrage. Was ist denn das Alternativprogramm, um unseren Kindern, unseren jungen Menschen und den Enkelkindern wieder eine Perspektive zu bieten? Und ich glaube, dass wir gut ausgewählt haben, weil wir eine Wertschöpfung von rund 1,6 Milliarden Euro in dieser Region haben. Und du kannst weltweit nichts verkaufen und weiterentwickeln und kein Paket überreichen, wenn kein Inhalt da ist. Wir haben Gott sei Dank diesen Inhalt. Wir haben 45.000 Kinder an den Schulen. Wir haben 60.000 Studierende an den vier Universitäten, zwei Fachhochschulen und den zwei pädagogischen Hochschulen. Wir haben in dieser Stadt Unternehmerinnen und Unternehmer, die gerne mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten, um die Welt zu verbessern. Und das sehe ich als die große Chance. Wir haben kleinst begonnen. Es entwickelt sich allmählich. Wir kriegen immer mehr Fans. Ich bin ihnen unheimlich dankbar, dass wir heute zu dieser Geburtstagsfeier gekommen sind. Es ist der fünfte Geburtstag. Von einem fünfjährigen Kind erwarten wir uns auch noch nicht, dass die ganze Welt Bescheid weiß. Aber ich komme gerade aus Göteborg und Skandinavien zurück, wo wir die Euroskills heimholen konnten. Ich habe mich das erste Mal gefühlt wie bei Heidi Klum auf der Bühne in Englisch. Und du wirst dann von 27 Staaten bewertet und die lassen sich so viel Zeit. Aber wir haben es geschafft, die Finnen und Helsinki aus dem Bewerb zu schmeißen. Und das bedeutet, dass wir im Jahr 2020 die gesamte Jugend im Ausbildungsbereich da haben werden. Wir werden, wenn ich so sagen darf, die Europa- und Weltmeister in allen Berufen, auch in sehr vielen kreativen Berufen. Das wird auch in Graz eine Rolle spielen. Wir wollen auch neue Berufsfächer entwickeln. Und da werden bis zu 100.000 Nächtigungen auch nach Graz kommen. Und wir können auch wieder einmal sagen, ja, wir sind nicht nur Wissenschaft und Bildungsstaat, sondern wir sind auch Ausbildungsstaat. Es muss nicht jeder Mensch studieren. Es sollen Menschen auch Berufe lernen. Wir werden das ganz, ganz dringend als Wertschöpfung brauchen. Und ich freue mich riesig, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen heute aus dem Gemeinderat auch da sehe. Wir müssen dranbleiben. Das ist eine Geschichte, die wird über viele Jahre wachsen. Skandinavien hat auch nicht den Ruf des Designs von heute auf morgen erworben, sondern da wurden in dem Fall schon über Generationen dran gearbeitet. Der Auftrag ist riesig. Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Ein paar müssen wir nicht wachrütteln. Sondern ich glaube, wir müssen schauen, dass wir uns bei ihnen einhängen. Dass wir sie dafür gewinnen mitzutun. Den Wolfgangskehrgeld habe ich auch gebeten, diese Koordination innerhalb der gesamten Stadt zu machen. Das ist nicht so einfach. Wir haben 7.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 70 Firmen. Bis du allen erklärt hast, wo die Reise hingeht, das dauert ein bisschen. Aber ich sehe halt immer mehr Dinge schon in der Stadt, die uns auch zur modernsten Stadt Österreichs werden lassen. Und den Weg möchte ich einfach fortsetzen. Also zum fünften Geburtstag danke ich jetzt all jenen, die mit uns dieses Baby bisher gefüttert haben. Jetzt finden wir noch mehr Kollegen, damit das Kind ordentlich laufen lernt. Es ist Design, wie du auch gesagt hast, nicht Behübschung. Es ist nicht nur Oberfläche, ganz im Gegenteil. Das hat einen mega Tiefgang. Und jetzt noch einmal zu UNESCO zurück. Danke, dass Sie heute da sind und die UNESCO vertreten. Es gibt noch einen dritten Bereich der UNESCO, der genau zu Graz passt. Und das ist das Thema Menschenrechte. Und ich möchte es heute da anschneiden. Es läuft ja auch gerade das Menschenrechtsfilmfestival. Auch da haben wir heuer ein Jubiläum mit 15 Jahren. Und vielleicht beweist man der Welt doch, dass es ein gallisches Dorf gibt, wo 158 Nationen mit so vielen Kulturen, Sprachen, Religionen friedlich und gescheit miteinander leben können. Das wäre so der Wunsch des Bürgermeisters. Wenn wir das hinkriegen, wäre das fein. Aber auch da arbeiten wir mit der UNESCO zusammen. Weil die UNESCO gerade darüber debattiert, ob die Landeshauptstadt Graz künftig nicht nur mehr ein ETC hat, ein europäisches Trainingszentrum für Menschenrechte. Das haben wir ja schon. Sondern da soll ein UTC werden. Schaut auch ganz gut aus. Wir müssen da auch mit dem Land und dem Bund mitfinanzieren. Aber dann könnten wir ein UNESCO-Trainingszentrum und damit auch den Sitz für die Entwicklung Richtung Südosten haben. Ein riesiger Auftrag in Europa und wir alle haben. Jetzt habe ich schon lange geredet, aber bei Geburtstagsfeiern könnt ihr kein Halten mehr. Lieblingsstory. Ich bin ja nicht bei Fünfjährigen, sondern immer bei den Hundertjährigen zum Geburtstag. Und da möchte ich noch schnell meinen Lieblingsspruch anbringen. Es geht um Zuversicht, meine Lieben. Und die Zuversicht hat mir eine 102-Jährige vor ein paar Monaten gelernt. Sie hat bei der Frage von mir sehen wir uns nächstes Jahr zum 103. wieder gesagt, da bin ich mir sicher, sie schauen eh noch ganz gut aus. Also in diesem Sinne können wir dieses US-Coupé weiterfüttern. Ich werde auch mit tun. Es war ja ein bisschen lang, aber Geburtstagstorte sehe ich eh noch keine. Ich wollte sie auch ein bisschen mit unterhalten. Hälften Sie mir bitte alle mit, dass wir den Weg gehen. Das kann etwas ganz ganz Tolles werden. Dieses Netzwerk Berlin, Buenos Aires, Grobe, Shanghai, Saint-Etienne sind ja alles unglaubliche Städte, wo wir mitspielen dürfen. Und es gibt Gott sei Dank auch immer mehr Kreative, die sich entscheiden, nicht dann in die große Welt gleich hinaus zu gehen, sondern auch es von Graz aus zu probieren. Und denen möchte ich heute im Besonderen danken. Es ist auch ein bisschen euer Geburtstag, wenn ich so sagen darf. Eine Stadt wird nur so kreativ, originell und lustig sein, wie die Bürgerinnen und Bürger, die da leben. Alles Gute, danke dir Gerhard, danke dir auch im Besonderen. Und schön, dass wir Sie heute UNESCO auch da haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.